Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Wir testen uns heute alle mal mit einem Corona-Schnelltest. Ja, Mama hat recht. Wir legen dann mal los. Jetzt müssen wir 15 Minuten warten. Wir schauen so lange fern. Ist in Ordnung, Kinder. Ich mache so lange die Küche und Staubsauger. Und ich spiele so lange mit den Kleinen. 15 Minuten sind rum. Ich schaue mal nach den Tests. Oh nein, kommt alle schnell her. Wir sind alle positiv und haben alle zwei Striche. Oh nein, wir kommen! Ich komme, Schatz. Toll, dann sind wir wohl jetzt alle in Quarantäne. Wo haben wir das denn her? Keine Ahnung. Ich rufe jetzt Maike an und frage sie, ob sie uns Eier und Brot vorbeibringen kann. Hallo, Mama. Wir sind alle in Quarantäne. Kannst du uns Eier und Brot vorbeibringen? Klaro. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, Sachen hier abstellen und weg hier. Danke, Mama. Melden uns, wenn wir was brauchen. Tschüss. 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 Mittagessen ist fertig. Kommt ihr bitte. Wir kommen. So, unser Corona-Plan. Also, Ella, du hast so lange wie in Quarantäne sind Distanzunterricht. Und Luna und Marlene, ihr beiden könnt was spielen. Seid nur leise wegen Ella. Ja, wir sind dann leise, oder, Luna? Klaro sind wir das. Wir wollen Ella ja nicht hören. Das ist echt lieb von euch. Distanzunterricht ist ja auch kürzer als normale Schule. Und wir haben gerade Wochenende. Mit dem Distanzunterricht geht es erst am Montag los. Ja, stimmt. Also, essen wir jetzt in Ruhe auf und genießen das Wochenende. Ja, toll, oder, Luna? Das ist mega toll. Wochenende! Ja, Wochenende ist der Hammer! Ja, Wochenende ist der Hammer. Aber leider können wir nicht ausschlafen wegen den Kleinen. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie blöd. Jetzt sitzen wir in Quarantäne fest. Und Wochenende ist immer super, oder? Nur, wenn man Säuglinge, wie wir, zu Hause haben, dann kann man leider nicht ausschlafen. Holle, Lukas und Bob werden nämlich immer frühmach und schreien, weil sie Hunger haben. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.